hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von under zockt eure adventure maps aber heute da es eine zweier player map ist spielen wir heute mit unserem altbekannten freund i tempo hallo genau und dort ist ja auch so die map ist von sandviper games sorgen wir nicht falls ausspricht ihr wisst ja link dazu ist in der beschreibung und bevor mir wieder irgendwelche leute fragen stellen darf ich dir auch eine map bauen für die adventure maps reihe ja darfst du ja gut genau ich lese immer die schilder vor ich glaube hier geht's los findet ein weg bis zum obersten stockwerk also das ist ein hotel okay spielt auf peaceful betten dienen als speicherpunkt regeln keine blöcke zerstörten leitern dürfen nur auf blaue wolle befestigt werden also nur auf blaue wolle merkst du mal es darf nichts angezündet werden außer es wird euch für eine stelle erlaubt keine cheats okay und diese map wurde für zwei bis sechs spieler gebaut ihr dürft euch nur die nacht cheaten um zu speichern es ist nicht erlaubt die levels mit anderen tricks zu umgehen okay ja hier sind also die betten ja okay wollen wir mal reingehen ja genau und machen gps sammelt die goldstücke die in versteckten kisten gelagert sind insgesamt gibt es 23 stück auf der gesamten map verteilt erbaut von notching galol rätsel von x technum dinks da okay ja findet eine aufstiegsmöglichkeit essen und rüstung nimmst du denn mal drei von immer so also ja ich es brauche mir doch gar nicht doch doch und die fliedermäuse ich hasse okay eine aufstiegsmöglichkeit warte mal hier ist natürlich und noch ein schilder ist eine kiste 0 st was st st keine ahnung mit englisch gut lief warte mal die hier ist ein pistener oder was ist es nehmen ist doch nicht ich ja hier sind tür ich habe eine tür gefunden hier ist noch eine tür okay und hier ist blaue wolle ich habe drei leitern ja die drei leitern brauchen wir für hier ne blaue wolle da ist die fackel im weg okay warte wir suchen noch hier kurz weil vielleicht ist hier noch was versteckt so es gibt 23 diamanten hier kommen wir nicht durch oder goldteile ja okay dann müssen wir mal hochgehen okay was ist hier du glaub ich sollten schalter hin oder hier ist rest und hier muss der schalter hin okay ähm 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 hier gibt es betten und was ist hier ach du scheiße hier ist ein mini labyrinth ähm ja ich hab kurz micro flag wieder voll assi so jetzt hat sich's wieder ich hab ein gold gefunden geil war in der kiste bei den betten okay hier ist irgendwie ah ich hab einen schalter was irgendwas ist passiert irgendwas ist da war irgendwas warte mal ich glaub hier ah ne fackel ja genau setzt ihn mal dahin bei den goldenen Blöcken rein oder äh einfach hin äh ich hab mich auch nicht mein guckst ich hab mich auch nicht ich hab mich auch nicht ich hab mich auch nicht betten was ist hier für in der kiste drin okay ein gold ja komm schlafen wir mal oder so so okay also ich hab ein hebel hier steht eins ach so das ist ein stockwerk okay ähm ich vielleicht brauchen wir den für unten hm ja lass mir erst mal höher gehen oder oh hier ist doch sowas mein gott mal mal ah hierfür ne 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 warte mal komm mal mit nein 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 wir gehen jetzt erst runter weil da sind eisentüren so eben da waren wir schon okay dann bleib ich den ab so hier hinten war es auch schon und hier ist okay da in die eisentückelten mal gucken oh mein gott ähm halt das machen okay ähm ich glaube ich bin ich hier okay dann kann ich die dann gehen wir mal da rein an der Wand mit der anderen Seite ja natürlich ist das toll ist irgendwie bestimmt was fettes im Sinne von fett 50 Euro ach so ich dachte schon hä warte mal hä hä was steht denn hier an dem Schild hier steht stayway stayway whatever ja okay dann geh mal wieder hoch machen wir die Türen zu also man ist doch für um nur hast du zugemacht da da kann man nicht mehr nur doch äh nur doch das Dings da Bombs da oh bin jetzt durch ein Bild genommen also am Bild genommen ma hier sind Goldblöcke hier ist ne ja hast du Minecraft-Sounds? oh Moment wir müssen nicht was macht der Schalter? ach warte mal mein gott ich höre keine Sound da ja ich weiß schon hier ist ein Knopf ja auch irgendwas zu bedeuten oder die Musik ja genau so richtig Melodie spielen und hier ist auch so da stelle ich mir hierher komm her stelle ich mal du hier rein und ich hin und drücken wir auf drei den Knopf 1 2 3 ma weißt du was ich glaub ok gehen machen wir nochmal und dann rennen machen drückt einer von uns beiden den Knopf da vorne warte 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 ok 1 ok 2 3 3 ha du bist einfach gekommen was passiert ok und jetzt ok wir können drum hoch ja und das ist ne Kiste ah hier geht hoch an da und da ist ne Kiste ja da ist ne Kiste da ist ne Kiste sache die Kallen war uns natürlich da drin Gold ok 2 2 1 1 1 gold jetzt haben wir 2 ich glaub ich muss die oben hin platzieren oh ja jump and run da immer hier sind Betten mal gucken ob es irgendwie da hinten in der Kiste steht aber ne ok das ist ne mach mal aber Pamma hier ok ich bin schon im Bett ah ok warum ist ein Leit äh Dinkster bestimmt wird die oder bestimmt hier sagt ah ich glaub hier fällt es aus der Wand aus wenn wir so und das ist ne Kiste das ist ne Kiste das ist ne Kiste ein Goldstück würde hä das soll ich jetzt rüberkommen ach na toll auch das ist also ah ok oh mein Gott ja dann wird hier ne Treppe ausgefahren ne das ist eigentlich leicht also diese schwierige Stelle wo du dann über drei Blöcke springen musst ist Asi ja ne ich bin es mittlerweile jetzt schon gewonnen weil ich ja schon ein paar Adventures gespielt habe jetzt aber das hier ist einfach sowas und die Finger sind kalt nein oh Alter ich habe was runtergefallen wenn ich jetzt das schaffe ich nicht das das ja es geht nicht doch es geht ich schaffe es nicht ich schaffe es nicht ich schaffe es nicht ok ich bin um ähm bitte zum speichern betten ok dann müssen wir um machen gleich speichern wieso lauf ich nur zurück wieso lauf ich immer nur zurück ich komme da ich ah das ist eine Kiste das ist eine Kiste das ist eine Kiste gekommen am besten guckst du mir nicht zu weil du darfst du schon oder vielleicht oder warte mal äh du könntest du musstest du nicht doch du musst es machen schaffst du komm schaffst du ja mir fiebern alle für ihn mit Bonnetze runterfallen es auf dem Weg zu den Betten bähä不會 es seized noch irgend so was irgendwann alles plötzlich sie haben die die coffee so wir müssen mit weitern Nein wo aber mann wir können und kann mit der dritte an das erste das von geht ja nicht das ist kein wackel warte wird ich nehme die könne nicht naja kommt mal noch mal Spricht es nicht rein. Ey, Ander, nimmst du noch kurz zwei Gold? Warte mal, verhungern wir eigentlich? Nee, oder? Nicht? Dann könnt ihr eigentlich auch runterspringen. Nein. Hast du eine Rüstung angehabt? Ach, Kacke. Oh. Ja, noch ein Kopfteil. Egal, hier unten ist Lava. Ja, ich hab drei Gold. Warte mal, du bist doch an den Betten, ne? Hast du die zwei Gold? Komm mal hier, wo ich bin. Komm mal hier, wo ich bin. Und geh hier auf dem Block. Das ist richtig. Fuck. Wo bist du? Hier, nimm mal. Es müssen drei sein. Okay, wenn dann springe ich nämlich auch runter. Ja, drei. Mhm. Wird gemacht. Du musst in die Lava. Hä, wo ist da Lava? Ich bin mal einfach so runter. Ja, aus der Tür raus. Na, ach so. Ja. Ach, deswegen ist die Lava gut. Ah. Warum ist da gra... Lol, ich glaub, da ist irgendwas versteckt oder so. Ganz egal. Das ist Lava gar nicht gut. Gold hast du, ne? Gut. Hast du das Teil? Äh, wir haben schon geschafft, ne? Ma, ich will es auch noch schön. Hier oben ist nur eine Kiste. Ja, komm. Au. Ja. Dum, dum. Ja. Okay. Ich mach mal jetzt die Mikro-Musik. Oh, okay. Okay, die ist leise. Äh, ja. Ja, siehst du auch an der Lava. Na, was kann man hier sterben? Sterben? Ja, vielleicht verhung... Ja, aber nein, ich meine hier... Vielleicht aktivierst du so eine Platte, weißt du, und auf einmal verwandelt sich dann halt das Glas zu Lava. Und da macht's pengen, dann bist du tot. Ja, gut. Oh, das ist bestimmt falsch. Ich hab ein Goldstück. Dum, dum. Da ist ein Gang nach draußen. Loch! Oh mein Gott. Hey, wir können hier runterspringen, ne? Aber ich glaub, wir konnten, wir konnten... Wir müssen, ähm, auf die, auf die anderen Seite raus. Bei dir irgendwo muss da so ein Loch sein. Dann können wir da in Wasser springen und dann können wir mit einer Bahn wegfahren, soweit ich das gesehen habe. Boah, ist das fies mit dem Glas. Kommt gar nicht drauf klar. Wieso? Ist da nicht so... Ma! Ich komm dir gar nicht klar. Ich kenne mein Ziel nicht. So. Ach, wir müssen da hinten hin. Kann man hier nicht irgendwie rausspringen? Ne, ne? Du kannst nur da rausspringen. Ja, aber... Ich weiß nicht, kommen wir da nicht mit da unten raus? Hier muss... Hier müssen wir noch raus, oder? Ja, nicht, dass wir dann... Ja, aber ich... Da ist ein Town dazwischen, siehst du? Ne, das ist hinterm Haus und bei so einer Maikartstrecke. Ich glaub nicht, dass du da... Ja, okay, du kannst doch gerne mal runterspringen. Oder warte, ich komm. Ne, ich springe mit runter. So, egal, wir können nicht... Ja, das steht drei Goldchen, ne? Okay, komm ich. Na, das ist ein Leiter. Ma... Oder? Nein. Oh, Ander. Ich gehe zuerst. Huch. Huch? Obwohl, so fies ist es gar nicht hier. Hier, das. Okay, ich sag das PvP nicht anders. Guck nicht so... Ma, das ist schwul. Äh. Achso. Ich gehe zuerst. 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 Vielen Dank.